Konnichiwa, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtwerke Düsseldorfs Fanblog Hautnah. Und ja, der Mann hat gerade guten Tag auf Japanisch gesagt. Warum macht er das? Denn das Land der aufgehenden Sonne. Das ist heute Thema bei mir und meinem heutigen Gast und den möchte ich jetzt erstmal begrüßen. Ich darf Jens Langeneke hier bei mir begrüßen. Seinerseits sagen wir ehemalige Fortuna-Abwehr-Axt, Fortuna-Legende, U17-Trainer. Viele Bezeichnungen gibt es für dich sicherlich in der Stadt, Jens. Und ja, Japan heute unser Thema. Du bist nämlich vor kurzem auch nochmal da gewesen. Allerdings hast du nicht alleine Urlaub gemacht, sondern es hatte eine berufliche Natur. Kannst du uns da nochmal aufklären, was da passiert ist? Ja, wir waren eingeladen bei einem internationalen Turnier in Japan, in Osaka. Und zwar mit einem Teil unserer, also meiner U17-Mannschaft und dem jungen Jahrgang der U19-Mannschaft. Also eine gemischte Fortuna-Mannschaft. Ja, und da waren wir mit 18 Spielern plus sieben Trainern offiziellen vor Ort eingeladen. Haben da an einem Turnier teilgenommen und konnten das noch verbinden mit den Fortuna-Verbindungen. Haben unsere Sponsoren ein bisschen gepflegt. Natürlich, Toyotayas haben wir besucht, Hitachi war insgesamt eine runde Sache. Wie war so generell der Eindruck für dich? Asien ist natürlich immer ein großer Kulturschock. Bist du vorher schon mal da gewesen? Was hat man so kulturell erlebt, was hat man mitgenommen? Also für mich persönlich jetzt nicht so sehr. Also ich war privat schon sehr häufig in Südostasien eher so Richtung Thailand, Malaysia, in die Richtung. Also Japan war dann jetzt auch für mich das weiteste und es ist wirklich ein extrem beeindruckendes Land, muss man wirklich sagen. Also die Eindrücke, die man da sammelt, das muss man erstmal auch ein bisschen verarbeiten und sacken lassen. Aber es war natürlich eine Riesenerfahrung und gerade auch für meine Jungs. Ich meine, die sind 16 Jahre und können dank Fortuna, ich sag mal, so eine Erfahrung machen, das ist schon gigantisch. Ja, dann da auch nochmal das Fazit des Trainers. Du hast gerade schon angesprochen, ihr habt bei Turnieren mitgespielt. Wie haben sich die Jungs generell geschlagen, so im direkten Vergleich mit den japanischen Kollegen? Gemischt, gemischt. Wir hatten bei dem Turnier vier Spiele, da haben wir dreimal gegen japanische Mannschaften gespielt. Das waren die entsprechenden Jugendmannschaften, auch von Erstligisten in Japan. Ja und von den vier Spielen haben wir zwei gewonnen und zwei verloren. Ja, die Verlorenen natürlich ein bisschen unglücklich in Anbetracht des Jetlags und der Zeitverschiebung unter erschwerten Bedingungen natürlich für uns. Nein, insgesamt war das ein qualitativ hoch besetztes Turnier auch. Und ja, die Spiele auf diesem Niveau, das sind natürlich auch Erfahrungen, die unsere Jungs mitnehmen und dementsprechend jetzt in unsere Mannschaften wieder zurück nach Deutschland transportieren sollen. Jetzt muss man ja sagen, neben Fußball ist in Japan ja auch Karaoke so ein gewisser Volkssport. Als die Jungs die Spiele dann verloren haben, mussten die dann, weiß ich nicht, 1895 auf japanisch als Karaoke zur Strafe oder sind die dann rumgekommen? Grundsätzlich ist Karaoke an uns vorbeigegangen. Wir hatten nur so ein Barbecue-Abend mit allen Mannschaften und das ging dann schon so in die Richtung, dass jede Mannschaft etwas gemacht hat. Und ja, um es ganz ehrlich zu sagen, weil das ist dann auch eine andere Kultur. Am Anfang hat man noch ein bisschen gelacht und sich so ein bisschen vielleicht fremdgeschämt, aber am Ende war es dann lustig, weil irgendwer irgendwas gemacht hat. Und da haben sich unsere Jungs natürlich auch beteiligt und ja, zu einem lustigen Abend beigetragen. Kann man da ins Detail gehen oder was in Japan passiert ist, das bleibt in Japan? Ja, letzteres würde ich unterschreiben. Ich kann das auch gar nicht mehr so wiedergeben, was da alles passiert ist. Wer nicht dabei gewesen ist, der hat Pech gehabt. Ja, sprechen wir mal generell über diesen kulturellen Austausch noch ein kleines bisschen. Wie du schon angesprochen hast, die Fortuna hat natürlich sehr gute Kontakte nach Japan. Fällt man da auch schon mal auf, wenn man mit einem Fortuna-Trikot oder generell die Mannschaft halt im kompletten Dress durch die Stadt geht? Wie wird man da wahrgenommen als Fortuna? Kennen sich die Leute aus? Wissen die direkt Bescheid? Also ich sage mal so, man wird als Gruppe Europäer wahrgenommen. Also ich müsste jetzt oder würde jetzt lügen, wenn die Leute jetzt wirklich Fortuna erkennen. Das wird sich aber, also da bin ich mir ziemlich sicher, in rasanter Zeit ändern, weil ja, mit dem Usami haben wir natürlich jetzt einen Spieler bei uns, bei den Profis, der in Japan ein absoluter Superstar ist. Also wann immer man, ich sage mal, Plakate der japanischen Nationalmannschaft sieht mit, ja mit zehn Spielern, dann ist er einer davon und ja, wenn er noch ein, zweimal trifft, ich glaube dann, dann wird Fortuna in Japan sehr schnell, sehr bekannt und auch die dementsprechende Marke, die sie hier schon ist. Wir bleiben beim Thema Wahrnehmung, Jens. Jetzt haben wir schon einiges erfahren über dich, aber wir wollen nochmal genauer in die Materie gehen. Deswegen ja, Thema hautnah. Ich hoffe, du bist bereit, jetzt 95 Sekunden lang mit ganz schwierigen Fragen gelöchert zu werden. Wir hören mal, was Jens Langenegge dazu sagt. Viel Spaß, liebe Zuschauer. Jens, hast du einen Lieblingsfilm, wenn ja, welchen? Bestimmt ja, aber mir fällt keiner ein, deswegen, ich bin eher der Serientyp. Homeland, House of Cards. Welcher Verein ist dein Lieblingsverein im Fußball und außerhalb des Fußballs? Ja, im Fußball gibt es nichts außer Fortuna. Außerhalb des Fußballs sind es viele. Also amerikanische Sportarten, Basketball schaue ich sehr gerne. Welches Schulfach hast du gehasst in deiner Schulzeit und warum? Boah, ich fand Schule eigentlich absolut in Ordnung, also ich habe da nichts gehasst. Welche Stadt ist deiner Meinung nach die schönste? Oh, Düsseldorf. Nein, das ist wirklich, wirklich schön. Welche drei Gegenstände nimmst du mit auf einer einsamen Insel? Gegenstände oder darf ich auch Personen mitnehmen? Also ich möchte eigentlich selten... Gegenstände, Gegenstände. Gegenstände, okay, da müsste ich meine Tochter schon mal hier lassen, das wäre doof. Ja, ein Fußball wäre es mit Sicherheit nicht. Boah, keine Ahnung, Handy ist unspannend, ne? Also ich weiß es nicht. Ich passe. Wovor hast du Angst? Oh, Angst habe ich davor, dass meiner Familie irgendwas passiert. Mit wem würdest du mal für einen Tag die Rolle tauschen, wenn du könntest? Interessant. Ich glaube, ich wäre gerne mal einen Tag ein wirklich hochrangiger Politiker. Gibt es irgendwas, was du gerne lernen würdest? Ja, sehr gerne würde ich noch weitere Sprachen können. Deine größte Schwäche? Ungeduld. Wann hast du das letzte Mal einen Brief geschrieben? Als Jugendlicher. Da sind 95 Sekunden Fragen, Hagel, auch schon wieder vorbei, liebe Zuschauer, mit Jens Langenecker. Aber er ist natürlich trotzdem noch bei mir hier im Paulianenstadion und wir wollen noch ein bisschen weiter über Fußball quatschen. Und Jens, denn der Verein hat es jetzt auch in den vergangenen Tagen kommuniziert, die Verbindung mit Japan. Man möchte sich eigentlich wünschen, dass die Fortuna so ein bisschen die erste Anlaufstelle für talentierte, junge japanische Spieler wird, die dann Fuß fassen können im europäischen Profifußball. Das ist so ein bisschen die Wunschvorstellung. Was würdest du sagen, was kann der japanische Fußballsport denn gerade von uns auch hier in Deutschland speziell lernen, so vielleicht in Sachen Struktur auch? Ja, sicherlich einiges. Ich glaube, das ist wirklich eine Mixtur. Das haben wir auch gesehen bei unseren Spielen gegen die japanischen Mannschaften. Die Japaner sind extrem gut ausgebildet im technisch-taktischen Bereich, sehr diszipliniert, sehr fleißig. Wenn ich jetzt mal kurz einen Schwenk machen kann, wir waren ja in der Sportschule, da ist morgens um sieben Uhr war das Flutlicht schon an und da haben Kinder, Jugendliche trainiert und abends um elf ist es dann irgendwann ausgegangen und bis dahin wurde da auch trainiert. Also wirklich sehr fleißig, wirklich, also die machen schon vieles richtig, trotzdem, also wenn sie alles richtig machen würden, würden sie ja jedes Spiel gewinnen. Also ich glaube, da ist ein gutes Reservoir und wenn wir das ein bisschen mischen können mit den europäischen, deutschen Tugenden, ich glaube, dann sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Bist du ja auch U17-Trainer bei der Fortuna, ist das für dich vielleicht auch so eine Herausforderung, wenn man dann mal so in die Zukunft schaut und dann auch einige japanische Talente in seine Mannschaft bekommt? Ich meine, allein durch Sprachbarrieren ist das nicht immer so ganz einfach. Andere europäische Länder, da kann man sich aufs Englische immer einigen, ist da ja auch nicht immer so gang und gäbe. Ja, wie schaust du dem Ganzen so entgegen mit Blick in die Zukunft? Ja, nein, absolut. Also ich würde mich freuen, wenn japanische Spieler hier zu Fortuna kommen würden, auch im Jugendbereich. Ich glaube, Düsseldorf ist dafür der perfekte Standort, also auch als Japaner oder gerade als Japaner kann man sich, glaube ich, hier sehr wohl fühlen. Und ja, die Sprachbarriere auf dem Platz, die ist, naja, die Fußballsprache ist international. Also wenn wir jetzt ein Frasenschwein hätten, würde ich jetzt was reinschmeißen, aber das kriegt man auf dem Platz immer irgendwie geregelt. Und wenn die Jungs ein bisschen kicken können, und das können die allermeisten von den Japanern, dann kommt man immer auf einen gemeinsamen Nenner. Was würdest du denn sagen, was macht die japanische Spielweise auch so ein kleines bisschen aus? Jetzt gerade in der U23 haben wir mit Hashimoto und Miyake ja auch schon zwei Spieler, die da ganz fest eingebunden sind. Kann man so ein paar Kriterien da eigentlich festmachen? Kann man sagen, japanische Fußballer zeichnen sich in erster Linie aus durch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? Ja, man kann da schon Tendenzen erkennen. Also die Japaner sind technisch sehr gut ausgebildet, haben ein gutes Passspiel, eine gute Athletik, Ausdauer, viel Kurzpassspiel im Mittelfeld mit wenig Fehlern. Und dagegen muss man halt eine gewisse Intensität, eine gewisse Körperlichkeit, ein gewisses Tempo stellen, um dann bestehen zu können. Und wenn man, das haben wir gesehen, wenn man sie spielen lässt, dann wird es ganz schwierig, dann kommt man kaum an den Ball. Aber das alleine reicht halt auch nicht aus, um Fußballspiele zu gewinnen. Das ist ein Punkt und ja, den machen sie schon ganz gut. Jetzt kennst du ja auch beide Seiten der Medaille. Du bist vom Feld jetzt quasi an die Seitenlinie gewechselt. Und wie geht es dir gerade mit dieser neuen Arbeitsaufgabe, U17-Trainer bei der Fortuna, ihr seid ja auch in die Saison gestartet, immer noch eine ungewohnte Situation oder hat man sich schnell eingelebt? Nein, also ungewohnt war die Situation eigentlich von Beginn an nicht. Also es ist jetzt eine andere Aufgabe, eine andere Perspektive auf das Spiel. Aber das war jetzt für mich keine große Umgewöhnung. Also ich hatte ja auch einen seichten Übergang noch als Spieler der U23. Dann war ich das letzte halbe Jahr in der U23 auch als Co-Trainer schon tätig. Und jetzt seit dieser Saison U17-Cheftrainer. Also es ging alles fließend. Also das war jetzt kein harter Cut, sag ich mal, von jetzt auf gleich Spieler-Trainer. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine andere Perspektive. Man befasst sich noch viel mehr mit Fußball, als man es als Spieler auch getan hat. Aber jetzt wirklich noch viel, viel mehr. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Aufgabe. Man muss ja auch ein bisschen spontan sein. Wir freuen uns auf jeden Fall, was da kommt und sind natürlich ganz gespannt, wo der Sport dich da noch hintragen wird. Ich sage erst mal, Jens, vielen, vielen Dank für die Zeit und die Informationen, die du uns gegeben hast heute. Und natürlich auch viel Spaß beim Pfeilen an den jungen Juwelen, die da kommen werden. Hoffentlich. Ja, liebe Zuschauer. Und wir kommen jetzt vom Land der aufgehenden Sonne quasi zur untergehenden Sonne. Denn wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt und gehen jetzt in den Feierabend. Allerdings wie gewohnt nur für sieben Tage. Denn am nächsten Montag um 20.45 Uhr sehen wir uns zu einer neuen Ausgabe des Stadtwerke Düsseldorf Fanblocks. Bis dahin, bleiben Sie gesund und munter. Tschüss. V constitutiona. VIZEGologists. VEGIVEN. VEG33. VEG Vorbildidades. VEG recognizing him. VEG Zuschauer.